Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Joho! Der Kickstar! Aus dem Weg muss er auch! Hehehehe! Passt doch auf, Hette! Hihiha! Ah! Ha! Hu! He! He! Extrem abgerollert! Oberfest! Ja! 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 Bowling ist cool! Hehehe! Ja! Hehehe! Weicht! Boxy stopp! Ja! 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 Hehehe! Hey du! Pass auf mit deinem Hundtuch! Aaaaaah! Ha! Bäh! Guck! 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 Ah! Meine armen Beine! Ah! Uh! Diese blöden Blades! Diese Dinger sind wirklich der absolut übelste Extremschrott aller Zeiten! Hey, Drecks! Deine Blades sind voll abtorn, Alter! Kumpel, ich hab dir doch schon gesagt, dass es mir Obershorilette tut. Halt eine Sekunde inne. Mit dir rede ich nie wieder. Na, supi, dann rede ich eben auch nie wieder mit dir. So. Hey, du hast viel mehr zu knuspern als ich. Du wolltest doch nicht mehr mit mir reden. Das waren doch bloß Blades. Was soll das? Wir suchen noch Kandidatin für unsere neue Fernsehshow, Sportsfreunde. Und der Gewinner darf diese fantastischen Rollerblades mit nach Hause nehmen. Top Design, TÜV geprüft. Einfach irre. Sag mal, ich könnte ja schon irgendwie ein neues Paar Blades brauchen. Jetzt geht die Leuchte an. Ich gewinn einfach diese blöden Blades für dich. Ja, cool. Hallo, liebe Sportsfreunde und willkommen bei Sportsfreunde. Präsentiert von Freshy Fresh Chewing Gum. Freshy Fresh zu kauen, heißt der frische Zuvertrauen. Und nun zu unseren Kandidaten für die heutige Show. Marilyn Rattengesicht. Die Bauchbrüder. Und da ist Joey, die Lupe. Yeah. Und die Ente mit dem einmaligen extremen X. Gigstar. Yo. Uhu. Ja, Gigstar. Ja. Und los. Mach das, Locke, du blödes Schnabeltier. Ich ersticke. Das nenne ich Pech, Alter. Huhu. Hallo? Hallöle. Hast du meine Blades schon gewonnen? Back dir ein Puppe und lutsch dran. Was? Ich warte auf eine Antwort. Aua! Oh ja! Das ist extrem Spaß vom Feinsten! Wunderbar! Wunderbar! Ich bin extrem am Warten! Meine Damen und Herren, es folgt die letzte und entscheidende Runde! Dafür hat unser Sponsor etwas ganz Besonderes mitgebracht! Die Nase des Todes! Cool! Die sieht ja super aus! Man kann den Hauch des Sieges schon riechen! Und einer dieser beiden wird vom Gestank des Sieges überflutet werden! So und jetzt geht's los! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's, Ratzky, von sowas von ab! Ja! Extrem körfiges Cool! Oh nein! So kommst du mir nicht davon! Wir haben einen großartigen und klebrigen Gewinner! Kingston! Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Na ja, okay! Ich leide auch einen von meinen neuen Blades! Finde ich extrem korrekt! Aber sei diesmal vorsichtig, ja? Hey! Ich bin der König der Welt! Hey! Geh nicht ohne mich unter! Ja! Das ist extrem pure!